Ja gut, ich könnte mich ja zurücklehnen und sagen, 14 Jahre in den drei höchsten Klassen Deutschlands gespielt ist Tradition. Tradition ist aber kein Wert an sich. Sie dürfen nicht jetzt Werte, wie ich sie genannt habe, vergleichen mit einem von mir aus Markenzeichen. Was ist denn der Werteinhalt? Ja, sie existieren 50 Jahre, ja, sie waren vielleicht einmal deutscher Meister und sogar mal Pokalsieger oder sportlichen Erfolg hatten sie nicht, aber sie waren schon 50 Jahre im Spitzenfußball. Also da kann ich mich nicht mit anfreunden. Vielleicht würde ich anders argumentieren, wenn ich aus Köln wäre. Aber die haben ja auch erst 65 Jahre. Ich sage, es ist für mich toll, dass Bundesliga-Fußball in der Region ist. Es ist für mich toll, dass Bayern-Mönchen, Borussia Dortmund und andere Größen Deutschlands hier in Zinsheim spielen. Und ich bin rundum zufrieden, wenn wir uns in der ersten Liga halten können. Ich würde mich durchaus freuen, wenn wir es sogar mal schaffen würden, in die Euroleague zu kommen. Aber nicht durch Anstrengungen, die ja nun gar nicht mehr möglich sind. Ich gehe davon aus, dass wir ab 2016, 2017 tatsächlich ein ausgeglichenes Ergebnis hinkriegen und dann sind wir im Rennen, dann sind wir gut im Rennen. Erstmal fände ich es konsequent und gut, wenn Financial Fair Play Bestandteil der Lizenzierung wäre. Allerdings würde ich als Voraussetzung sehen, dass das tatsächlich angemessen alles beurteilt wird.